Gut, ähm, ich gehe einfach mal, keine Ahnung, wir gehen in die Stadt zurück und dann schauen wir mal, ob irgendwas passiert. Muss ja auch ein Part 2 geben. Schauen wir mal, wann Clara uns schreibt. Ah. Oh nein, ich habe eine Nachricht von Serval? Serval? Mia, are you there? When I was cleaning, I found two Coupons for afternoon tea at the Goethe Hotel. Do you want to come along? You can actually clean? Why not Pela? Free drinks? Count me in. You can actually clean? Was ist denn das? Das ist aber unhöflich. Serval. Hä? Serval ist doch gar nicht chaotisch. Why would I let it go to waste, if it's for free? Just wait for me. It's a date then. It's a date then. Whoever stands the other up is a snowmouse. Let's meet beside the lobby. I'll be waiting. Wait, when are we meeting? Which table beside the lobby? Order a drink for me. Jetzt sofort wahrscheinlich. Hello? You there? Is it sand? Can you see the text? Time Express? Oh, ich habe eine neue Mission bekommen. Muss ich vielleicht erstmal die machen, damit Zeit vergeht, dass ich danach dann Clara weitermachen kann oder wie oder was? Okay. Ich würde sagen, wie haben wir jetzt gerade, dann machen wir die als nächstes. Serval, auch gut. Meine letzten Pokémon habe ich aus Langeweile nach Genshin-Chars benannt und davor immer passend zum Type sowas wie Raigeki oder Hanabi. Das ist aber lustig. Date mit Serval, count me in. Muss sagen, in Story gibt es ganz schön viele Dates. Außerdem muss ich an Navia denken, das letzte Mal. Hat man mit den Hasbandus auch Dates eigentlich oder nur mit den weiblichen Charakteren? Ich habe noch nicht so viele von den Story Quests gemacht, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Wen habe ich ihn schon gemacht? Natascha Hook? Ah ja, Arlen haben wir gemacht. Arlen Aster. Die habe ich gemacht auf der Hertha Space Station. Ja. Das Yenching Ding mit Jing Liu, war das auch eins? Kafkas haben wir gemacht. Musste man. Weil sonst wäre die Story nicht weitergegangen. Ja. Okay, gut. Time Express. Head to the Goethe Hotel for your appointment. Serval invited you to have afternoon tea together at the Goethe Hotel with a clumsy excuse. After all, there is no such thing as a free lunch. You immediately realized that there is more to it. No matter what, head to the Goethe Hotel and chat with Serval. You can resist a free cup of coffee. Ich. Kommt drauf an, was für ein Kaffee. At the very least, Serval is one of the few people in Belobock that you call your friends, no? Wieso mit den anderen bin ich ja auch befreundet. Recipe Disposable Kinectic Arm. Ah, dann kriegen wir einen Arm. Dann können wir einen Arm bauen oder was? Und Shields. Sehr gut. Let's go. So weit sind wir gar nicht entfernt. Musste man dazu den ersten Teil von Clara machen? Das ist jetzt nur zufällig, weil ich hier bin. Aber das gibt es sicher doch auch schon seit 1.0, oder? Wahnsinn. Noch so viele, so viele Missionen offen. Und sogar welche, die ich gar nicht sehe. Wee. Das Herbal ist cool. Ich finde ihre Haarfarbe so cool mit den leuchtenden Strähnen. Runden. Voll toll. Leucht, leucht. Die blauen Strähnen drum sind auch cool, die dunklen. Hallo, ich in Serval. Willkommen. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, die sind 5-Sterne-Charakter. Naja. In Starrel, muss ich sagen, vom Design sieht man das nicht so genau, wer jetzt ein 4-Sterne- und ein 5-Sterne-Charakter ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin doch schon da. Bin da. Wer noch? I never say no to a free afternoon tea. Didn't realize you were in such a hurry. I'm not ready yet, was? Have you placed my orders yet, was? Afternoon tea. Gibt es auch Sandwiches oder sowas? Oder Spinatmuffins? Alles besetzt? Ja, blöd, aber da könnten wir uns noch hinsetzen, oder? Well, I'll help myself to the tea then. This something, is it a favor? Wir reden erstmal über den Tee und dann über alles andere. Serval ist bei mir direkt in meinen Top-Favorite-Chars gelandet, weil ich ihr Design so nice finde. Leider habe ich sie etwas vernachlässigt. Ich habe sie leider auch vernachlässigt, weil ich ja Jingyuan hatte, aber ich finde es einfach so brillant, dass sie sozusagen auf der einen Seite das Dark-Design hat und wenn man von der anderen Seite, hast du dieses Light-Design mit dem, mit den Federn da auch so so ein bisschen, na, die helle und die dunkle Seite halt so cool gemacht, aber auch ihre, meine Augenfarbe von den, von den Landos und die Haarfarbe mit dem Leuchtenden. Und sie ist auch so ein cooler Charakter von der Story her. Ja. Ich fand, ich fand sie in der Story echt nice. Sie ist intelligent, sie ist musikalisch, sie lebt ihren Traum. Warum nicht? Ja, sie neckt ihren kleinen Bruder. Hey, es ist aber fast wie bei mir. Ich bin die älteste Schwester, ich habe einen jüngeren Bruder und noch eine jüngere Schwester. Hm. Hm. Ja. Zerber ist bis heute mein Lightning Main DPS. Ja, wenn ich wahrscheinlich Jing-Yuan nicht hätte, hätte ich sie auch. Aber ja, ich habe ja dann relativ schnell Jing-Yuan bekommen. Und dann, ja, habe ich ihn gespielt. Traumleben? Digimon? Lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Da, 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 da. Ich habe nur das japanische Lied im Kopf, aber den Text auch nicht so ganz. Also weder den deutschen noch den japanischen komplett. Ja. Oh, Digimon. Digimon war damals toll. Es kommt drauf an, was für eine Art von Tee man trinkt. Es sollte vielleicht nicht Schwarztee oder Matcha sein oder so. Obwohl ich kein Problem damit habe. No need for the formality. Let's hear it. You have my attention. As long as the afternoon tea keeps flowing. Already sounds dangerous. Bye. Okay. Trailblazer wieder. Will sie den Zug besuchen oder untersuchen? Okay, sie will mitkommen. Why are you asking this all of a sudden? Ah, you need to pass the boarding exam first. Was gibt es denn da für einen Eintrittstest? Such matters aren't up to me. I'm afraid I'll have to ask around first. Okay. Frage ist, warum? Hm. Hm. Oh, eine Worldtour steht an, oder was? Oh. Okay, verstehe. Digimon habe ich nach der dritten Staffel nicht mehr geguckt. Ja. Ich denke, so richtig, richtig, wenn man mal die Hauptstaffeln gesehen hat, ist das schon mal sehr gut. Ich bin das mittlere Kind. Meine Schwester ist zehn Jahre älter und mein Bruder sieben Jahre jünger. Oh, da ist aber viel Zeit dazwischen vergangen. Zwischen euch. Spannend. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das entscheiden kann. Das werden, äh, Welt und Himiko entscheiden müssen. Ja. But I'll still have to ask the others for their input first. Spannend. Einfach Serval mitnehmen. Lieb deinen Traum, denn er wird wahr. Da, 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 da. Nicht ein Problem. Just leave it to me. Not like you to be so serious. Action speaks louder than words. Ich kümmere mich drum. Hm-hm. Eine Nachricht an, Himiko. Pom-pom? Ehrlich gesagt, ich würde wirklich mit Himiko anfangen in dem Fall. Das macht am meisten Sinn mal. Denke ich mir. Miss Himiko, I have a question. Ask away, Mia. Does the express welcome new member... I have a friend who wants to join. My friend wants coffee. Does our express welcome new members? New members? Of course. So long as they are willing to travel with us, the express's door will always be open. But I would like to know more about your friend. In your experience, what kind of person are they? She's meticulous. She's uninhibited. I can't say. Hm. She's a mechanical prodigy with a meticulous mind. Ah, that's pretty good. Maybe she and I will have a lot in common. What I'm saying is, I agree with letting your friend on the express. Ask her to take time packing her stuff. Our express will always welcome new passengers. Thank you, Himiko. Thanks, Himiko. Wir sind höflich in dem Fall. Thank you for your time, Miss Himiko. Don't worry about it. If there are other issues along the way, feel free to let me know. Yay. Tada. Time Express start. Okay, wir haben zwar schon gestartet, aber. Report back to Serval. Wie, sie ist schon raus. Was ist jetzt mit meinem Tee? Brechheit. Ich sag's euch. Serval, wo bist du? Da drüben. Ist wieder in ihrer Werkstatt. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel läuft jetzt besser als vorhin. Keine Ahnung, was da los war. Jetzt läuft es normal wieder. Gott sei Dank. Neverwinter Workshop. Auf geht's. Third plane von The End. Das schaffst du, Herrji. Ich weiß das. Oh. Jeppi ist auch da. Hallöchen, Jeppi. Neee-san. Blownia-sama no-tokorin. Habt ihr zuhören? Das ist Blownia-sama. Das ist Blownia-sama. Ah. Entendlich. Ich glaube, es geht um das. Was sind die Leute über die Chatzeiten? Serval, ich habe sie schon gefragt. Ist es ein schlechtes Moment? Fangen wir mal, worüber sie reden. Sie müssen keine Informationen mal im ersten Step von uns preisgeben. Kimi. In ein guter Ort. Ich werde dir die Frau überzeugen. Es wird wohl so sein. Warum werden wir Serval nur für eine Zeit mitnehmen und dann wieder zurückbringen? So, am I supposed to be the good cop here? I try to stay out of family squabbles. Das stimmt allerdings. Ruhigbar. I'm not taking sides. I don't even know what the deal is. Oh. Oh. Oh, okay. Okay. Bonja möchte, dass Serval jetzt wieder nach langer Zeit wieder bei den Silver... Silverman Guardstar, Nightstar beitritt. Serval hingegen möchte aber viel lieber frei sein und in die Welt rausziehen, um viel zu erkunden. Verstehe ich, verstehe. Jeppi ist natürlich dafür, dass er, dass er joint, äh, dass sie joint. Ich weiß gar nicht, ob... Ob das schon erwähnt wurde, ich lass das lieber. Ich frage, what happened? Immer offene Fragen stellen. Genau. Ich meine, natürlich, Serval ist eine der wenigen superfähigen Leute da in Beloburg. Sie könnte sicher ein bisschen mithelfen. Und ich muss neu starten, weil Simulator in the Universe Schmutz ist. Eskalation! Och, Hirschi. Mach den Müllwahn anders. Oh. Ciao, aber du bist schon weit gekommen. Das nächste Mal kommst du noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, das hängt doch immer vom Glück und was man gerade hat an Blessings und Curios hat. Hängt das super ab. Ja. Vielleicht will sie einfach nur ein bisschen was Neues sehen. Ich glaube, sie war immer sehr gefangen. Ich glaube, sie hatte ein sehr großes Interessengebiet, hat sich für alles eingesetzt. Und sie hat ein bisschen zu, sie hat da in den Stellarons-Dingsbums rumgeschnüffelt, was halt damals nicht gut angekommen ist. Und dann wurde sie halt gefeuert. Jetzt ist sie vielleicht auch ein bisschen trotzig und denkt sich so, jetzt habe ich endlich die Chance, das zu machen, was ich wirklich mache. Lasst mir die Freiheit und lasst mich die Welt sehen. Hi, ich habe gerade Dornmail bekommen. Gratulation, Frimine. Gratulation. Wie lange hat es gedauert? Hattest du Glück oder hat es ja länger gedauert? Ich war beim Käfer, der wollte aber trotz Dornmail mit 300% plus Break-Effekt nicht aufhören, anzugreifen. Das Problem ist, die Käfer hören auch meistens nicht auf, anzugreifen. In dem Fall ist Angriff, glaube ich, die beste Verteidigung. Wenn man die Kleinen schnell wegschnetzeln kann, hoffentlich, dann zieht das auch dem Großen immer relativ viel ab. Oder man macht gleich alle. Ich habe nur vier Puls gebraucht. Das ist nett. Kommt halt darauf an, wie viel Pity du vorher hattest, aber vier Puls sind schon gut. Ich habe das Gefühl, das ist sicher, dass die Käfer und die Käfer haben. Ich dachte, sie wurden ein lange Zeit langsamer. Das Sounds like, du hast eine Geschichte zu erzählen. Let's hear it. Nein. Das ist nicht so, dass ich nicht so, dass ich das Gefühl habe. Und das ist, dass ich aus dem Zeitpunkt verletzt habe, dass ich das Gefühl verletzt habe. Du bist so, dass du mit der Beziehung mit deinem Beziehung verletzt hast. Du bist so, wenn du mit deinem Beziehung verletzt hast, dann kannst du einfach hören. Chao Depard kennt sich auch aus. Das ist nämlich nicht das, was sie möchte. Einfach nur im Forum sitzen und Büroarbeit machen. Das ist sie nicht. Mhm. Okay, mach ich, Jeppi. Oh, Jeppi ist weg. Haut einfach aus der Werkstatt ab und lässt alles alleine hier. So. Achso, Jeppi ist bei mir. Hat er so ungefähr zwei Pity. Okay, na dann ist es super. Wenn es gar nicht klappt, im Simulated Universe mal einen anderen Pfad benutzen. Ich glaube, Heppi hat schon mehrere Kombinationen ausgewählt, oder? Unterschiedlich. So, ich hole mir nur ganz kurz ein frisches Wasser und bin gleich wieder da. Da, 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 da. Ganz, ganz kurze Getränkepause. Heute gab es Hühnchen zum Mittag, also Hühnchenkeulen. Die waren wieder gut gesalzen. Jetzt habe ich wieder so viel Durst. Bin gleich wieder da. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, bin schon wieder da. Hab mir noch einen kleinen Minisnack geholt. Hatte nach dem Mittagessen kein Nachtisch. Einen kleinen Minisnack einlegen. Jeppi, ich bin schon da. Ich stelle mir jetzt an, Bronja und Serval stehen da und lassen ihre Fäuste fliegen oder so. Und wenn es dich nicht stört, wenn Kämpfe länger dauern, du dafür aber quasi unsterblich bist, einfach mal Abundance nehmen. Ich glaube, das letzte Mal hat Heshi schon Abundance probiert. Einmal. Nausik. Sehr, sehr höflich, Bronja. Ja, also es fliegen doch keine Fäustchen. Ich hab mir so vorgestellt, so. Wenn die Fäuste fliegen. Nein, nicht bei den beiden. Ach, mein toller Versuch, die 1000 Fragments zu bekommen mit Disruption Level 6 oder 7. Keine Ahnung, was da passiert ist. Normalerweise habe ich immer so viele Mercy Felder, dass ich immer im Plus bin beim Dritten. Auch bei dir. Wahrscheinlich hattest du einfach super viel Würfelpech. Damals. Als du das gemacht hast. Beziehungsweise deine Mercy Felder waren ja auch ganz am Ende. Da erst mal drauf kommen. Auch fies. Ja, aber schau, jetzt hast du es geschafft. Manche Sachen muss man halt mehrmals machen. Das ist halt im Simulated Universe. Das ist halt extrem viel Glück abhängig. Außer du hast halt ganz viele E6 Charaktere. Dann ist es nur geldabhängig. Aber das machen wir ja. Gott sei Dank nicht. Das war eine coole Augenfarbe. Das blaue Tückis. Die Zettelstapel werden auch nicht weniger, da? Oha. Oh. Okay, machen wir jetzt Musik, oder was? Auf geht's. Ein Konzert. Also, Bronja lässt sie gehen. Wer kommt jetzt? Ah, willkommen. Guten Tag. Ah, jetzt sind wir wieder draußen. Hier sind wir gerade. Ich stelle mir gerade so vor, wie Kokolia Gitarre spielt. Mit der lustigen E-Gitarre. Das muss lustig sein. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das lustig, der Gedanke. Kann mir nicht helfen. So, what's the story behind it? Did Kokolia like Rock'n'Roll too? Weiß nicht, sie sieht nicht ganz so aus, aber okay. Eine lange Geschichte, okay, na dann fang mal an. Okay, sie waren die verrückten Erfinderinnen. Das ist doch E-Gitarre. So, sie war Attack Seri 2. Wait, you're sure you didn't come up with that name? Gut, lange Geschichte. Wieder geht's zurück zur Werkstatt. Tada. Auf, nach Haus oder in die Werkstatt halt. Design ist schon cool. Kann man nix sagen. Okay, mit Jeppi kann man nicht reden, dann serval. Gut, what should we do now? Sachen packen. Okay. Komm, Jeppi sei nicht so. Ein bisschen helfen kannst du ja wohl, oder? Jetzt noch die letzte Zeit genießen, bevor wir weg sind. Oh, ich helfe mit. Okay, das muss man alles einpacken. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ein Mysterious Plant Specimen. Ein Kaktus, oder? Oh. Das ist ein Kaktus. Serval, what kind of plant is this? Ein Kaktus. Links hier. Tschüss. Oh. Snowman's Palm? Okay. Sieht mir aus wie ein Kaktus. Kakteen stehen auch die meisten relativ gut. Ich weiß, wie viel tue ich. Ich habe ein paar Sukkulenten und so eine Grünpflanze, die schon relativ lange jetzt leben. Zwei Sukkulenten leben schon mehrere Jahre. Dann habe ich letztes Jahr eine Sukkulente, oder ja, letztes Jahr eine Sukkulente gekauft. Und von der Hochzeit habe ich noch so eine Grünpflanze. Sukkulenten, die ich habe, sehen am ehesten so aus wie die da oben. Die leben schon ewig. Die werden immer größer und mehr. Aber bitte nicht freilass nicht, dass wir dann, dass der runterfällt und wir dann Nadeln im Fuß haben. Gut, einmal den Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus, den nehme ich einfach mit. Unfinished Leather, okay. Sollte man schon fertig schreiben. Servo, what's this on the desk? Oh. Okay. Oh, oh. Die Eltern haben sich getrennt. Nummer zwei. Chippy. Chippy. Aber hier sieht es ja eh nicht so schlimm aus. Es ist eh alles geordnet, oder? Hier und da eine Kiste ist ja nichts Schlimmes, wenn es in Kisten eingeräumt ist. Chippy. Chippy anstellt, unglaublich. Oh, repair. What's in the case, Servo? Ein Heater. Wenn es der eigene ist, warum sollte jemand sie dafür bezahlen, ihn zu reparieren? Alban. Alban. Sure, how do I fix it? Little Chippy, did she order you around like this too? Little Chippy. Tschüss. Ritzel lösen? No problem. Let me have a look. Do I have a choice? Mary, we shouldn't let you join the Astral Express after all. Hey. Ritzel kann ich schon machen. Hmm. Beginning, end and end. Okay, verstehe. Okay, let's have a look. Hmm. Okay, das geht nicht. Und? Ah, das ist noch nicht so ganz so. Ah, Hilfe. Yay. Tada. Jetzt bekommen wir eine Geschichte. Lassen wir sie uns erzählen. Das müssen ganz schön alte Artikel sein. She must have been pretty strong. I think I've seen the clippings before. Wo? Haben wir die schon gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, wie Japata steht. Wie ein drittes Rad am Wagen. Tada. Eine Sache müssen wir noch finden. Oh, hey. It's me at the trip. Was ist das für... Auf einmal. So, irgendwo muss noch was... Ah, da. Ah, die Gitarre. Die Gitarre, die aussieht wie eine Waffe und eine Waffe ist. Oh, was war das für ein Flackern? Üh, für meine Augen. Cyber, can we hear more about this guitar now? Yay, story. Ah, Geburtstagsgeschenk. Das Design generell ist ziemlich cool. Wir müssen so gut befreundet werden. gewesen sein. Kukulia und Zerwal. Hm. Bis zu dem Tod hat sie sich nicht versöhnt. Hm. Oh. Oh. Hm. Ich finde auch immer, dass Kukulia sehr viel älter aussieht als Serval. Kann mir nicht helfen. Aber ich fand es cool, dass sie so gut befreundet waren. Umso schlimmer war dann, ja, der große Break sozusagen. Sie hat ja gewusst, was es mit dem Stellaron auf sich hat. Und wollte alle warnen. Ja, ist vorbei, ist es vorbei. Okay, Jeppies Waffe ist ein Gitarrenkasten. Alles gepackt, Wäsche, Zahnbürste, Kopfkissen. Obwohl, das können wir vielleicht stellen. Ich wünsche mir immer noch, dass der Trailblazer auf dem Zug einen Raum hat, den man dekorieren kann. Vielleicht in 2.0. Ein neues Abteil für uns. Irgendwann. Zack. Ja. Unglaublich. Nächste Woche wird schon der Genshin-Livestream sein und darauf die Woche schon der Sturl 2.0-Livestream. Zwei Wochen nur noch. Ist eh heute Freitag. Unglaublich. Wie gespannt seid ihr auf einer Skala von 1 bis Pelakoni. Von 1 bis Pelakoni. Von 1 bis Pelakoni. Ich bin selber mit. Ein letzter Auftrag noch? Auf geht's. Der mag als seine große Schwester. Er will sie nicht gehen lassen. Das ist schlecht, wenn sie die Einzige sind, die das kann. Das ist so ein letztes Mal, Schnüff. Auf geht's, auf geht's. Of course, remember to send me a message in advance. Okay. Was ist das? Ist es auch vorbei? Der erste Tag? So, endlich kann ich essen. Heshi hat endlich essen gelernt. Yay! Was gibt's denn schönes Burger Kingisches? Ah, Time Express fertig. Okay. Das würde wahrscheinlich auch noch einen zweiten Part auch haben. Have you really made your mind to leave? Sollen wir das drücken? Fängt dann der zweite Teil an? JP, hast du nochmal was zu sagen? Okay. What do you think about this whole matter with Serval? Okay. Okay. It won't be a chore. Okay. Big King XXL und Pommes. Okay. Auch lecker. Auch. Auch. Ein Communication Device? Ein Handy? Oh, keine Sorge. Wir passen schon auf auf sie. Oh, keine Sorge. Wir passen schon auf auf sie. Tada. Alle anderen Burger wären leider nur ein Happen. Bei dem muss ich wenigstens ein zweites Mal beißen. Vielleicht so, dass du dir angewöhnen, kleinere Bissen zu machen und den Burger mehr zu genießen. Was hat Ruhe für Zuckungen da? Oh mein Gott. Ein Gnastik mit und hoch und runter und hoch und runter. Oh, es tut mir leid. Das sieht so gut aus. Restless Legs in Rom. Ja. So sieht das aus. Okay. Okay. Bladies Chillic. Ist auch Chillic. Bronja. Ja. Das auch. Aber ihr sieht man das nicht so gut. Mit ihrem Bein ist am besten. Es tut mir leid. Es ist so albern. Oh mein Gott. Kannst du hier bei ihm selbst lassen, Gephardt zu lassen? Und was ist mit links? Oh. Naja. Im Grunde. Jeppi ist auch erwachsen. Ja. Irgendwann kommt sie ja mal wieder besuchen. Oh mein Gott. Das war so lustig. Wup, 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 wup. Tch. The reason you want to leave isn't so simple, isn't it? Oh. Oh. Okay. Okay. I respect your choice. Okay. Und jetzt? Jetzt gehe ich einfach mal raus. Schauen wir mal weiter. Wup, wup. Wup, wup. Und dann dieses Zappeln. Oh. Jepi. Jepi schreibt mir. Zack. Mia, we are preparing to set off. Let's meet at the overworld cable car in a bit. Alright. I'll be right there. So sudden. It's not urgent. I still have to head back to the military lines first. I'm guessing Selva just left home. If you arrive before us. You'll have to wait for a while. Anyways. See you later. Only a child. Okay. Okay. So. Only a child. Meet up with the Landau siblings at the overworld cable car. Uh. It is about time to meet the Landau siblings according to Japan. You are absolutely required for this underworld trip with the guards. And you like hearing this. Wenn ich gebraucht werde, bin ich glücklich. As it is, why don't you go to the overworld cable car and meet up with the Landau siblings. Okay. Es gibt auf jeden Fall wieder Musik. Frozen March. Wer hat den March schon wieder eingefroren? Erst ist sie gefroren, dann wird sie aufgetaucht und jetzt wird sie... Okay. Stopp. Abbruch. Abbruch. Das ist schon klar, was damit gemeint ist. Frozen March. Und noch mehr Jades. Und noch mehr Recipes. Tadaa. Let's go. Achso. Ähm. Hoppala, was hab ich gemacht? Navigate. Hab gerade aus Langeweile ein Reroll-Account gemacht und Diluc C1 plus seine Waffe in einem Zug bekommen. Zweimal Diluc. Gratulation. Das ist auf jeden Fall eine Menge, würde ich sagen. So. Ähm. Gehen wir da runter. da-da-da-da-da-da-da. Einmal ringsherum und schon sind wir unten. Düm düm. Düm düm. Oh no, ich bin auf der falschen Seite. Düm. Düm düm. Düm. Aber, das ist ja alles kein Problem, weil ich kann ja einfach rumgehen. Tada, der Zug ist da. Oder die Seilbahn oder was auch immer das ist. Was, Beweis oder ist es nicht passiert? So, Hände hoch, rück den Beweis aus oder ich glaube dir nicht. Oh, oh. Ja, kein Problem. Sorry to keep you waiting. You look like you only just got here. What about the rest of the garrison? Okay, Wildfire. Gut, dass wir uns mit Oleg gut verstehen. Hm. Alrighty. Ha, classic Servald. Für meine doppelte Ruhe in May gibt es Zeugen und Beweise. Okay. Up in the Underworld. Beweis ist meine Existenz. Na ja, die Oberweltler. Ich meine, auf der anderen Seite, sie können ja auch nichts dafür. Also die haben relativ wenig damit zu tun. Das sind ja die Regeln gewesen, dass kein Reisen zwischen unten und oben mehr möglich ist. Ja. Okay, ist nicht passiert. Da ist sie. Okay. Heschi ist skeptisch. So, wo müssen wir hin? Das ist andere Mission. Ah. Warte. Ah, da muss ich lang. Oder? Bin verirrt. Da 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 da. Ah, da steht er schon herum. Oh mein Gott. Bitte ignoriert, dass alles blinkt. Überall Mission. Julian. Okay. Hm. Oleg. Oh, schau. Oh, schau. Oh. Oh, schau. Schau. Ich kann es sehen. Oh, meine procedures. Oh, Regu-san. Oh, Regu-san. Huh. Ich kann mich nicht stürfen. Oh, ich weiß noch nicht. Ich habe mich beim Begrüß. Ich habe ein paar Mal gesprochen. Ich war mit Begrüß. Boss Okay Schon so viele Sachen mit Oleg und Natascha gemacht Okay Ab nach innen Nach drinnen Schade, hab doch nur geträumt Was? Wie? Also was jetzt? Hm Ich hab wirklich gedacht, dass du Dass du sie bekommen hast Äh, dass du ihn bekommen hast Also sie, ihn und die Waffe Ja Guten Tag Das Treffen hier Nur ein Maze, irgendwie klein Das ist kleiner als Anna, eh nicht so groß wie Natascha Das war nur Oder? Ein kleiner Komischer Winkel Seltsam So sieht's im Kopf kleiner aus als Natascha Lustig, aber das ist vielleicht wegen den Fliesen und allem so die Perspektive Gut, reden wir mit Natascha Hallöchen Hm 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 Und er hat uns mit den Schlauch-Sylver-Main gewonnen. Und er hat sich mit den Schlauch-Sylver-Main gewonnen. Das stimmt. Brounia hat sich selbst daran interessiert. Nachdem der Schlauch-Sylver-Main hat sich sehr viel interessiert. Der Herr der Stimme-Sylver-Main hat sich mit den Schlauch-Sylver-Main. Wenn Sie plötzlich die Schlauch-Sylver-Main haben, Sie werden immer noch einen Schlauch-Sylver-Main verletzen. Ich find's immer toll, wenn so viele Charaktere nebeneinander stehen. Ein ganzer Auflauf an Leuten. Wie alt ist ein Jepard überhaupt? Wissen wir das? 24, sagt Evo. Wissen Sie, wenn Sie die Schmerzen der Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen, Natascha stellt gleich die richtigen, ernsten Fragen. Ui, 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 ui. Hey, sie meint, dass es nicht passiert ist, also habe ich anscheinend nur geträumt. Ach so, okay, ich dachte, du hast ihm zurückgeschrieben. Schade, hab doch nur geträumt, okay. Kannst dir einfach einen Beweis in Kiras Discord schicken? Dazu gibt's den ja, insofern ein Screenshot vorhanden ist. Menschen behaupten viel, ich könnte jetzt auch sagen, dass meine Duan Maid 2 Millionen Break Damage zu Kampfbeginn gemacht hat. Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Ich glaube, das Höchste war, was haben wir vorhin gemacht? 600.000 auf jeden Fall, weil das haben wir vorhin gemacht, da habe ich den Videobeweis. Aber ich habe schon 1,8 Millionen so gemacht. Da habe ich in den Achievements den Beweis gemacht. Jepard ist auf jeden Fall jünger als Zerwal. Facts. Das stimmt. Wenn Zerwal so alt sein soll wie, oder ähnlich alt sein soll wie Kokolia, dann ist Jepard auf jeden Fall jünger. Natascha won't back down easily. Starting to worry about your brother. Fight, fight. Einfach nochmal Öl ins Feuer kippen. Ich kann mich auch täuschen. Was? Ich glaube, dein höchstes Mediode in Maid war, glaube ich, was mit 900.000. Das kann gut sein. Manchmal schaue ich nicht so genau hin. Aber ist plausibel, würde ich sagen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr da mit den Blessings vielleicht und so mache. Könnte sein. Gibt ja auch eins, was die Technik Damage noch erhöht. Das könnte auch noch helfen. Vielleicht. Am Anfang gleich. Es wäre cool, wenn es so geben würde, welcher Charakter wie viel Damage gemacht hat am meisten. Also, was die meiste Damage von jedem Charakter war. Statistiken. Also, was die Technik Damage von jedem Charakter war. Das kann ich nicht sagen. So lange kenne ich ihn noch nicht. Also, was die Technik Damage von jedem Charakter war. Die Vereinigten Städte von Belobock. Hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Abundance nicht mag. Du gehst aus dem Feld mit Mercy und bekommst 5% dazu. Dann gehst du auf 1 ohne Mercy und machst 15% Minus. Okay, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe versucht, immer möglichst viel Mercy Felder abzugrasen. Um einfach oben den Countdown hochzulassen. Ja. Hm. Hat bis jedes Mal irgendwie funktioniert jetzt. Aber jetzt muss ich eh die anderen Pfade noch machen. Monster. Oh Gott, okay. Na, wir kämpfen schon. Ich komme schon. Auf geht's. Auf geht's. Da, 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 da. Fast. Da, 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 da. Mi, wow. Hallöchen, Tobi. Du hast vorhin was verpasst. Du bist in Starville vorgekommen. Pass auf Marsch. Prost. Wir haben die ganze Zeit an dich denken müssen. Also ich zumindest. Doch. Stehen da alle so aufgereiht. Oleg in der Mitte. Oh, weh. Mal schauen, wie der Run jetzt wird. Habe leider nicht genug Abundance für weitere Resonanzen bekommen. Habe also nur die Debuff entfernen nehmen können. Ja, wenn es nicht anders geht, dann ist das auf jeden Fall die beste. Die nehme ich auch immer als erstes. Ja. Manchmal ist es einfach blöd, was für Blessings kommt. Kann man nichts machen. What happened? Why don't you finish your story first? Sind nicht immer Monster in der Mine? What? Endlich kämpfen. Oh. Wenn die Story immer so lange dauert, dann juckt es einmal mal in den Finger, mal zu kämpfen. Jepi, der richtige Käpt'n. Was, wie, wo und ausgerechnet habe ich geschlafen, weil ich todesmüde war. Die Jugend von heute, ich sag's euch. Mittagsschläfchen. Debuff und Resonanz bekommt ein Turn, nehme ich immer ganz gern mit. Ja, das ist auch praktisch. Debuff entfernen, ja. Debuff entfernen nehme ich nur als erstes und die Turns nehme ich als zweites. Stand ich neben Fu? Nein. Dabei habe ich die ganze Zeit auf Tobi eingeredet, dass alles gut wird, wenn er nur in die Richtung von Fu Shuen läuft. Ich habe heute wieder eine Eins bekommen und von der Eins warst du so geschafft, dass du schlafen musstest. Wie lange hast du nur geschlafen am Nachmittag? So, auf geht's. Talk with Serval and head to the great mine of Gitz. People walk on different paths. Rock'n'Roll means choosing your own way of living. Mental health is always important. Rock'n'Roll. Propagation daaa. Oder Propagation is daaa. Gratulation, Hashi. Schau, jetzt hast du's auch geschafft. Habe ich dich angespornt dazu, das auch zu schaffen? Hashi so, na, wenn Kira das schafft, dann schaffe ich das auch. Wieso oder keine Ahnung was. Wenn sie das gemacht hat, dann mache ich das jetzt aber auch. Na, ich bin schon gespannt, weil es sind noch ganz viele Blessings, die mir fehlen und die ich alle im Swarm Desaster gar nicht bekommen habe. Das nächste Mal, wenn ich Swarm Desaster mache, nehme ich eh Propagation, weil dann muss ich noch die Interplays machen. Von dem. Dann werde ich schauen, dass ich die restlichen Blessings noch bekomme. Zack, zack. Dann werde ich irgendwann, ich glaube, das nächste Mal werde ich eh den Fünfer probieren. Mal schauen, wie weit ich da komme. Und natürlich noch die passiven Sachen da, also die Challenges machen. Jepi, Jepi ist brillant. Blinker, blinker oder zwinker, zwinker. Schock. Wenn du die Sachen schaffst, ist sowieso klar. Ja, du hast die stärkeren Charaktere, aber weniger Lightcones für die Charaktere. Ich habe das Gefühl, der einzige Vorteil, den ich habe, ist, dass ich Dragon Dunhang habe, der jetzt halt im Swarm Desaster auch extrem gut ist. Aber ansonsten, weiß ich nicht, keine Ahnung. I'm ready. Aber der bringt wahrscheinlich schon einen Mega-Bonus da. Da-da-da-da. Eternal Freeze Aftermath. Okay, let's go. Recommended Team Level 77, das sollte ich ja schaffen. So, was brauchen wir? Feuer, Wind. Nehmen wir gleich die Gruppe. Wind. Wind. Oh. Ich werde wieder zurück teleportiert. Da-da-da. Auf geht's. Jepi, wie ist die Lage? Silberwolves und Topaz Lightcones bringen mir auch nichts, wenn ich die Chars nicht in dem Run verwende. Das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr. Hm. Okay, das ist wirklich so cool. Ich habe einen solchen Klang. Nee, ich habe meine, die wir gerade versucht haben. Ich bin wirklich noch mal durch das Spiel. Achso nicht, ob ich mich in den Rantzen ist. Ich war mir in den Rantzen. Aber ich fühle mich. Und ich freue mich auf die Rantzen. Ich habe mich mit der Rantzen. Deshalb trage ich mich auf das Spiel. Ich habe mich noch keinen Hunger. Ich habe eine Rantzen, dass ich mich noch mehr an Mainzen. Okay, rein in die Miene und Gegner verpugeln. Hm. Jepi, wir kümmern uns um alles, keine Sorge. Gut. Wir machen es nach Jepis Art. So, jetzt habe ich erstmal wieder genug von Starrail, fertig mit den Nerven jetzt. Aber du hast was freigeschaltet, was Neues. Schau, nach und nach. Auf geht's. Rein ins Getümmel. Nach unten? Kann man mit denen sprechen? Ne, die sagen nix. Der? Auch nicht. Coole Eis, Lanze, Schwert, keine Ahnung. Da 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 da. Sie sind sogar brav und laufen weg. Gegner, Gegner. Oh, Fledermaus. Kämpfen, kämpfen. Yes. Eigentlich wollte ich noch Technik einsetzen, aber es wäre auch zu fies gewesen gegenüber den Fledermäusen, oder? Wenn ich die gleich gehäckselt hätte. Ja, ups. Zack. Zack. Ups. Fledermäuse zerhäckselt. Wo müssen wir hin? Nach oben? Am ehesten, oder? Zack. Ich würde gerne Du und Mei mit dem 200% Tech-Damage-Bonus ausprobieren. Sag ich ja, das ist sicher mega. Und noch Break-Effekt-Bonus und alles mögliche. Und dann rein in so ein Boss- oder Elite-Dingsbums. Am besten. Hn? 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 Schon stark, oder? Wahnsinn. Als ich das erste Mal richtig realisiert habe, was da vor sich ging, war ich total platt. Oder Buff. Voll platt. Irgendwann braucht mein Blady ein bisschen mehr Speed. Ja. Einfach mit Kartons aufgestellt. Sehr gut. Meiner. Oh. Die reden sogar was. Sicher sind da noch mehr. Ja. Oh oh. Der Weg hinter uns ist sicher. Alle Gegner platt gemacht. Die respawnen frühestens morgen. Oh. Oh. Noch mehr Monster. Den machen wir auch platt. Meine Duan Mei selber hat jetzt 247% Break-Effekt. Mit Fight. Mit den richtigen Blessings im Simulated Universe bin ich bei 365%. Das ist genug Break-Effekt für ein ganzes Jahr, Hershi. Stellt euch vor. Wahnsinn, oder? Dabei hatten wir immer angenommen, dass Break-Effekt ein nutzloser Stat ist. Oder nicht ganz so wichtig für die meisten Charaktere. Aber auf einmal ist es so Tjuuuuh. Eskalation. Break-Effekt bis die Öhrchen brennen. Jennifer, du hast wirklich so Plüschöhrchen und die fangen an, auf einmal zu brennen, das Plüsch innen. Gefährlich. Sehr gut. Gegner platt. Is it cold here? Naja, hier stehen auch keine Heizungen rum. Die soll ich schon besiegen, oder? Mach reinhacken. Aber meine Ohren brennen schon. Sag ich ja. Gefährlich. Bitte nichts anzünden. Nicht, dass dein Big King anfängt zu brennen. Flame-Grilled Beef. Oh, lecker. Ich muss an die Burger King-Promies denken. Lecker, lecker. Und an die Spinat-Muffins. Aber eigentlich bin ich noch zu nicht satt vor Mittagessen, muss ich gestehen. Hühnchen kräulen. Mit grünem Boden. Was ist da noch ein Gegner? Was macht denn der da? Einfach mal einhacken. Wenn ich mit Links spiele, komme ich mir immer vor wie in Minecraft. Mit der Pickaxe. Okay, das war's. Hey, schönen guten Abend. Hallöchen, Venturet. Wie geht's? Wie steht's? Alles klar bei dir? Wie geht's? Wie geht's? Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Oh nein. Oh. Warte. Du triffst mich nicht. Oder vielleicht schon, aber ich bin schnell genug weggerannt. Da hab ich jetzt natürlich keine Breakdamage gemacht. Weil er kein Eis hat. Aber egal. Die Gegner haben echt keine Chance. Ja, alles super. Hab ich grad mit nem Döner voll gefressen. Okay. Gefressen hört sich aber nicht sehr elegant an. Aber Hauptsache, es hat geschmeckt. Wird es kälter als sonst? Gefährlich. Die Gegner werden auch stärker. Wenn du schon strecken, wenn du einen einen Moment hast, du bist spinnst? Du bist, du bist so. Du bist so. maybe bei mir ... ... ... ... gegratileri ... ... ... ... ... ... ... Oh, okay. Hmm. Ich verstehe das ein bisschen. Für Samuel war das echt nicht leicht. Ich habe die Wahrheit gesagt, dass du Hmph Da sieht man, wie gut Jepard seine Schwester kennt. Er weiß genau, was er ihr sagen muss und wie er mit ihr reden muss. So, ich konnte gestern vom Standardbanner den Free Five Star auswählen und dort habe ich Bronja C1 genommen. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch Bronja C1 nehmen, wenn es dann soweit ist. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ein paar Standardpools sollte ich auch schon wieder haben. 27 habe ich schon wieder zusammen. Ja, bis hier noch, bis hier noch. Weil ich habe jetzt eigentlich alle außer Yen Jing. Und ich glaube, bevor ich ihn nehme, würde ich lieber Bronja C1 nehmen, weil ich sie wirklich auch spiele. Oder E1. Klingt auf jeden Fall gut. Hallöchen. Lüchte lieber, ich rette die Kinder. Tschüss. Sie sind zufrieden, dass sie einen Schuss getroffen haben. Sie sind nur ein Schuss, oder? Sie sind von dort auswählen. Sie haben nicht gehört, oder? Sie haben noch keine Schuss mit einem Schuss mit einem Schuss mit einem Schuss mit einem Schuss. Sie haben sich in der Schuss zu verraten. Sie waren auch schon über die Schuss. Das war gut. Gut. Sie sind weit entfernt, weil wir uns zu weit entfernen. Dann sind wir gleich beim Boss. Ist das der Boss? Bei mir fehlt noch Clara und Himiko. Himiko habe ich das letzte Mal bekommen, weil sie nur ein Mei gepullt habe. Und davor habe ich Bailu bekommen, bei Argentin. Aber beide noch nicht gelevelt. Keine Ressourcen. Wieder Cut-Scenen. Okay. A trap laid by a Fragmentum-Monster? Are they that smart? Enough talking, let's get it. Können die sowas machen? Einfach nur ein besonders starker Gegner. Oh oh, alle werden eingefroren. Oh, okay. Oh, Counter-Attack. Jetzt sind Sie die Zähl-Ton-Morsthe-Pfragmentum-Pfragmentum-Pfragmentum. Uh oh. Jetzt sind Sie die Zähl-Ton-Morsthe-Pfragmentum. Oh oh. Ich habe bessere Ohren. Ja. Es ist deine Namen wieder, Jepard. Serval. Gruselig. Shadows in the Fragmentum of Eminence. Oh, oh. Okulia? Oh, oh. Oh, oh. Okulia hat sich aber verändert. Okulia-Fragmente. Oh, oh. voller einsatz bei der wahl ok wir haben angegriffen aber es ist nur ein fragment um ding einfach besiegen danke japan wie sie da stehen wenn dann gemeinsam damit sie die sache hinter sich bringen kann was so ein lieber bruder eine falsche kukulia platt machen was habe ich jetzt noch gebraucht wird sich selber kämpfen let's go zack keine punkte mehr dann so okay das war relativ knapp manchmal funktioniert das ding von von links einfach zu gut dass alle auf play ein knüppeln okay jetzt ist sie gleich vorbei aber ich habe zumindest selber gekämpft okay war jetzt nicht so besonders herausfordernd der kampf wenn ich ehrlich bin okay okay Oh oh, Anomalien. Report, report. Temperaturanomalien. That was a hard-won battle. That's it, that barely scratched the itch. Nur ein bisschen bei Blady, aber ansonsten alles gut. Well, you know, you're the hero of the Velo-Burg. If you were not, the war of the hero of the Velo-Burg was more longer. Yes. I feel like I'm going to fall down. But even if you were to die, it was a very sad moment. Ja, es hat gesagt, warum musst du immer in meinem Weg stehen? Es hat gesagt, danke sehr, Wal. Ich habe es nicht ziemlich gesehen. Sollen wir ehrlich sein? Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Jaaaay. Sehr gut. Auf zu Natascha. Tadaa. Oh, Challenge completed. Yay. Sehr gut. Ist die Mission sicher auch gleich vorbei. Anlörg, willkommen zurück, King. Alles klar bei dir? Ähm, warte mal. Was hole ich mir noch? So, Natascha, Natascha, Natascha. Zack. Okay, die Kämpfe waren wirklich keine Herausforderung mehr. Ich glaube, sie waren gedacht dafür, dass man sie vielleicht in 1.0 macht, ganz am Anfang. Ich nehme mal an, dass es die ganzen seit 1.0 gibt, oder? Schon. Ich brauche halt ein bisschen länger. Alles gut. Zack. Zack. Doktor Natascha, we're back. Danke, Natascha, für deine gute Arbeit, wie immer. Wie hast du eigentlich deinen Blade gebildet? Relativ schlecht, würde ich sagen, weil die Relikte sind so mies. Aber ich zeig dir dann meinen Blade. Gleich dann. Ich habe auf jeden Fall den Arlen Lightcone, aber den habe ich nur auf S1, weil ich den erst einmal bekommen habe. Und die Relikte sind relativ mau. Sehr gut, die Silver Main Guards, das Ansehen ist gestiegen. What about me? Several helped too. Genau. Mindestens zwei Relikte drauf. Nee, er ist voll ausgerüstet. Alle meine... Ich hoffe, alle meine Charaktere haben Relikte angelegt. Bei Star World bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass jeder Relikte hat. Zu 90 Prozent. War Blade auf jeden Fall. Und Serval wird sich jetzt entscheiden, doch dort zu bleiben. Jepi! Ja, das hört man doch. Wenn ich deinen Bruder erkenne, warum kennst du nicht die Stimme deines Bruders? Ach, herrje. Weil mir dennoch komplett schlecht ist, obwohl die Relics gut sind, aber die Traces sind ausbaufähig. Oh, die Traces habe ich fertig. Oh. Okay. Obola. Ah, da sind die Kinder. Tada. Traces habe ich bei ihm fertig. Ja. Ich habe halt den Arlan-Lightcode aber nur auf S1, weil wie gesagt, ich habe ihn leider nur einmal. Und ich habe ein Vierer-Set, Disciple-Set natürlich. Und Salz-Rotto. Ah, für Blady gibt es auch Salz-Rotto. Habe ich zumindest. Ja. Wegen der Follow-Up-Damage auch. Ja. 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 Ähm. Es ist fast nicht so ganz. Ja. Ja. Und ich hätte gerne auch mehr Speed. Speed. Ich meine, ich bin froh, dass Bronja ihn immer vorholt. Aber eigentlich sollte er schneller sein als Bronja idealerweise. Aber ich kriege einfach keine gescheiten Relics. Das ist das Beste, was ich halt habe. Oh, irgendwie aber. Ja. Hm. Ich habe halt nichts besseres. Ich habe es versucht. Ich meine, okay. Das ist nett, die Schuhe. Es wäre zwar besser, wenn ich Speed-Schuhe hätte. Aber die, die 23 Crit-Damage immerhin auf HP sind ganz okay, würde ich sagen. Und die, die sind leider auch nicht. Da habe ich auch ein bisschen Crit-Damage, aber. Ja. Ähm. Nein. Nicht das Gelbe vom Ei. Irgendwie funktioniert es. Mhm. Dann liegt es wahrscheinlich bei mir mit den Traces. Naja. Komm doch drauf an, mit wem du ihn spielst. Ich muss sagen, da ist ein großer Bonus jetzt noch durch Ruan Mei dazugekommen. Also ich finde, es macht ihn schon stärker. Und hat Bronja dazu natürlich. Mhm. Hm. Ja, ich kann nach dem Stream Weakest-Tamer schauen. Wanna be the weakest-Tamer da da da. Nein, keine Ahnung. Hey, das ist ein alter Mann. Es ist ganz normal, dass der langsam ist. Ich weiß gar nicht, mein Jingyuan ist wahrscheinlich auch so langsam. Steht euch vor, wenn es Song Li geben würde, wie langsam der sein müsste. Ah. Wie fühlst du euch? Wie fühlst du euch? Alles gut. Alle gerettet. Was ist das für eine Frage? Nein, 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 nein. Das ist das. Das ist so. Wenn du jetzt in meinem Vater bist, dann müssen wir uns auf jeden Fall zu beurdecken. Es ist ein kleiner Böhm. Wir sind ein kleiner Böhm. Wir sind ein kleiner Böhm. Wir sind ein kleiner Böhm. Aber ich bin ein kleiner Böhm. Wir sind noch nicht noch zurückgekommen. Ja, nein. was du hättest ja bei den relics omni synthese maschine die schuhe auf speed machen können hätte ich machen können kommt aber meistens nichts gutes bei raus habe andere sachen versucht man ich habe versucht zum beispiel tatsächlich ein crit damage body dings zu machen da waren die substanz um ist die speed auf max wäre so zwei oder drei wahrscheinlich gemeinsam mit nur willett hinten ein wetterennen zwischen allen genshin charakteren und jetzt hört es ja weil das und kann ihren bruder nicht alleine lassen und jeppi hat das aber schon schön umschrieben was kukulia gemacht hat gewollt hast du nie mit demy kno bdoch schilder mei immer ihr 判zen nie ist die schildern sein holl so noch nie die 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 Ja, das war es. Ja, das ist der Silver Meinen. Silver Meinen. Oh. Oh. Ja, ich weiß, dass ich meine姉-Geräusche schaffe, dass ich mich nicht verstehe. Ich weiß, dass ich meine姉-Geräusche schaffe. Vielen Dank, Geppard. Ich bin auch, dass ich jetzt meine Sprache schaffe. Ich bin wirklich... Warum ist das so schwer? Genau, die müssen sich ausruhen. Oh. Jetzt kommt noch das große Gespräch mit den Geschwistern. Oh mein Gott, hätte Jung-Li einen Speedstead, würde er Slowly heißen. Ja, er braucht nicht rennen. Der hat ja die Ruhe weg. Wo muss denn er so dringend hin? Zur Arbeit? Ich glaube nicht. Zum Essen? Da kann man auch langsam hingehen. Sonst? Wenn er Hunger hat? Hm. Die Frage ist, ob die Adept die Leute... Die Frage ist, wie äußert sich Hunger bei denen? Haben die genauso Hunger wie Menschen? Oder ist er einfach so gesittet, dass er auch mal zwei Minuten warten kann und nicht so... Wann geht's endlich was zu essen? Sagt. Aus Mentes Wein im Angebot. So. Hu Tau. Oder wie... Direktor Hu. Ich muss leider weg. Aus Mentes Wein ist im Angebot. Tschüssi Kowski. Und weg ist er. Bin mal los, bis später. Hallöchen Zero und tschüss. Bis später Zero. Mach's gut. Danke, danke. Aus Mentes Wein im Angebot. Ja, dann vielleicht. Und jetzt kommt der Clou. Er steht im Laden mit seinem Aus Mentes Wein und dann so... Ja, macht 15 Mora. Und Zhongli so. Oh. Ich hab mein Geld vergessen. Dann sprintet der los wie Saitama. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Ich hab keine Mora dabei. Child. Bring mir mein Geld. Oder so. Und Child irgendwo im Krankenhaus gerade am Auskurieren von den Strapazen vom Wahlkampf. So. Habe ich meinen Namen gehört? Oh. Oder so in der Art. Oh mein Gott. Schau mal, wann wir Child das nächste Mal treffen. Bis Nathlan sollte er wieder fit sein, oder? Ein Spaß für die ganze Familie. Jeppi. Ich hoffe, Child geht's inzwischen besser. Erst 100% in der Nation of War zu finden, liegt er da im Krankenhaus und dann gibt's irgendwie so Gerüchte. Ja, die anderen Harbingers, die da runtergegangen sind. Die haben ganz viele starke Drachenmenschen getroffen. Und Child so im Krankenbett. Ich komme! Und sprintet raus mit seinem Wassermesserchen. Noch voll mit Verbänden so eingepackt oder keine Ahnung was. Voll abgemagert von den ganzen Kämpfen. Dass er nicht verhungert ist da. Naja, abgehärtet wahrscheinlich durch Ibis. Changed your mind on what? You mean... So schnell kann's gehen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass er es jetzt drauf ankommen hat lassen, aber es hat halt gerade gut gepasst, dass... Dass er sie so überzeugen konnte, da zu bleiben. Hört sich wieder topfit. Wo ist der Kampf? Genau das. Habe ich schon die lustigsten Geschichten gelesen. Kaum ist irgendwo ein Kampf. Prost! Einmal Wassermarsch für Tobi. Kira nicht mehr lange, nicht mehr lange bis was? Dr. Reishi oder was? Nächste Woche schon. Ich bin noch nicht ganz bereit, aber großteils bereit, würde ich sagen, dafür. Du? Oh... Was ist das denn? Das ist aber unhöflich. Okay. See you in a bit? Okay. Okay, auf zum Stellaron. Ich bin schon sehr gespannt auf nächste Woche. Ja, und wenn ich dann den Lightcone habe, werde ich dann wahrscheinlich weitersparen. Okay, einfach warten. Oh, Video? Doch nicht. Na sicher ist da kalt. Der Kampf war so episch damals mit der Musik und allem, falls ihr euch noch erinnert. Das war richtig cool. Okay. Das ist das Nicken. Oh. Ein Konzert. Ein Live-Auftritt. Okay. Okay. Oh, damn. Nächste Woche ist schon wieder Genshin-Stream. Yes. Was? Wahr ist er nicht noch immer, sobald man da reinge... Was? Wahr? Hm? Was meinst du, Bauer? Was meinst du, Bauer? Wunderlöchen Philipp willkommen. So, ich konzentriere mich auf die Szene. So, ich konzentriere mich auf die Szene. Mein Gott, alles ruckelt. Ich hab die Gitarre kaputt gemacht. Zack. Jetzt geht's ihr besser. Ja. Das ist wirklich interessant. Normalerweise müsste man annehmen, so ja, und eigentlich war die Zeit so gut und bla 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 bla. Aber dass, dass sie, dass Serval wirklich sagt, Schluss, ich will mit der alten nix mehr zu tun haben. Die hat alles kaputt gemacht. Die war ein... Sackgesicht? Nein, keine Ahnung. Das fand ich cool. Ich weiß nicht. Ja, das ist ein Sackgesicht. Entschuldigung. Mir ist kein gutes Schimpfwort eingefallen. Ein Mistkäfer, sagen wir es so. Ein Swarm-Desaster Mistkäfer. Hm. Yay. Zack. Visitor Verification. Yay, Serval kommt. Und Jeppi kommt. Yay. Items obtained. Frozen March. Tada. Und das. Und, oh mein Gott. Und meine Assignments. Kommen wir auch gleich schnell. Macht man einmal Story, gibt es tausend rote Ausrufezeichen. Zack. Achievement. Only a child. Sehr gut. Tada. The rally affectionate. Sollte er noch fertig machen. Keine Ahnung. Friends. Banjo. Ist das jemand von euch? Wahrscheinlich, oder? Jingyo. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Und ein neues Rezept. Zack, einen neuen Arm. Dankeschön. Da, 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 da. Eine Nachricht. Group Chat with Jepard, Serval und mehr. Ja. Aber wenn Fu und Sparkle eventuell in einer Phase kommen, pulle ich auch Fu. Das war ja, das war schon klar. Ich nicht? Was? Mea, are you there? Yes, no. What's this group? Eine Landau-Group? Yeah. What is it? Um, you've probably guessed. We want to ask you for help. Sure. No, help with what? Was denn jetzt schon wieder? Noch mehr? Fine, tell me what you need. Can you please come to the Billobock Museum's Finishing Room? We have a chat there. Okay, be right there. You can tell me now. Just say what you have to say over text. It's more fun this way. Okay. We'll be waiting for you there. Wow. Und die nächste Mission freigeschaltet. Wahnsinn. Wieder Schlag auf Schlag. Aber ich bin froh, dass ich wieder was abgehakt habe. Hm. Hm. Die Frage ist, ist das jetzt... Ist das jetzt dann... Companion Mission? Das wird dann wahrscheinlich... Jeppies sein, oder? So viel zu tun. Wahnsinn. Ich nehme mal an, dass mit... Mit... Ähm... Na? Wie heißt sie? Oh mein Gott. Wo ist sie? Mit Clara, Clara, Clara. Wie ist dein Name entfallen? Das mit Clara muss ja auch noch weitergehen. Da muss ich vielleicht einfach wirklich einen Tag auf die Nachricht warten. Oder keine Ahnung. Ich hätte mit dir nochmal sprechen müssen. Aber wir haben jetzt... Ähm... Obwohl Jeppie... Jeppie haben wir schon. Oder ist das dann Lynx-Geschichte? Man weiß es nicht so genau. Aber hat mir gefallen eigentlich die Story von... Von... Ähm... Oh Gott. Zu spät. Schon zu viele Namen jetzt. Ähm... Blackout heute. So viele Blackout-Namen. Serval. Genau. Hat mir gefallen. Yes. Coole Sache. Nein, aber der Fight war wirklich cool. Und damit meine ich nicht den, den man immer wieder wiederholen kann, sondern dass man ihn wirklich das erste Mal gemacht hat. Yes. Und wegen Spargel schauen wir mal, wenn es so weit ist. Es interessiert mich schon, was sie kann. Harmony-Charaktere sind halt cool. Ach herrje. Yes. Aber ich bin auf jeden Fall ein Stückchen weitergekommen. Unglaublich, wie viel es da zu tun gibt. Ungefühl... Äh... Gefühl, du hörst nie auf, die... Die ganzen Side-Missions. Die Hauptstory ist relativ kurz gehalten, aber die ganzen Side-Missions... Ich habe halt urviel aufgeschoben. Oder aufgehoben. Je nachdem, wie man es sieht. Und da kann man nichts machen. Jo... Yes. Gut. Zack, zack, zack. Bin ich... Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich ein bisschen was weitergebracht habe heute. Simulated Universe mit dem Swarm-Desaster fertig gemacht. Und den Anfang von Clara gemacht. Und Serval fertig gemacht. I need Sam. Ja, Sam brauche ich auch. Ist ein richtig cooler... Ähm... Roboter-Hasbandu, sozusagen. Uh, habe gar nichts zu tun in Starrail. Wirklich nicht, Bauer. Ich bin mir irgendwie nicht so sicher. Ach, herrje. So. Passt. Na gut, meine Lieben. Wir haben eh überzogen heute. Aber dafür habe ich eine Menge geschafft. Ja. Ich bin auf jeden Fall am Sonntag am Abend um 21 Uhr wieder online. Dann werden wir am Sonntag Genshin machen. Ich habe schon nachgeschaut. Am Sonntag sollten vom Kampfevent alle Stages freigeschaltet sein. Das heißt, am Sonntagabend werden wir anfangen, den Kampfevent zu machen. Diesen Dance, bla bla bla, Dingsbums-Kampfevent. Und danach werde ich wahrscheinlich ein kurzes World-Quest noch anstarten. Dann am Montag möchte ich auch gerne Genshin machen. Wahrscheinlich machen wir auch wieder World-Quests. Und danach eventuell fangen wir an mit Tierkarne bauen, habe ich mir gedacht. Vielleicht am Montag, wenn wir lustig sind. Und am Mittwoch ist dann sowieso Starrail angesagt. Ab Mittag. Für Rage U. Yes. Ansonsten, falls ihr Lust habt, gerne morgen Abend... Oh! Was ist denn los? Gerne morgen Abend bei Evo vorbeischauen. Da gibt es wieder Community-Abend. Schauen wir mal, was wir morgen machen. Lassen wir uns überraschen. Das werden wir uns dann noch überlegen. Also bitte ein Follow da lassen. Dann ansonsten nochmal Danke an alle, die heute mit dabei waren und zugeschaut haben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zu 4 rüber. Da gibt es eine Runde Genshin Impact. Auf jeden Fall noch. Ja. Gut. Dann wünsche ich allen einen wunderschönen Abend noch. Und ein schönes Wochenende dann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye!